voll reales Fischerspinnenweben und gruselige Musik Oh Gott Nein Reingerollte Scheiß Team Kehr ich sie wieder am Sammeln von Punkten Oh ne ist das ein Mini Mausloch Wow Holy One Ist klar Bin auch drin Ich muss erstmal das Mausloch Ach das Mausloch meinst du Achso dein Ball wird mir auf dem roten Ich seh nur so nen roten Kreis leuchten Genau das kleine Problem hab ich übrigens Achso oh das ist ungünstig Ja Oh scheiße So wird wieder gesammelt Also es liegt nicht an dir es liegt am Level design Ja natürlich What the fuck Ach da ist das Loch Oh Gott Oh nein Kommt man damit die Spieler durch wechseln Achso es gibt nur noch Kevin Dann sticks mit wechseln Ich glaube über die rechte Maustaste war es Ja Da Wat Oh So schonmal nicht Ja Bin denn hin auf den Tisch oder was What the fuck Also über den Tisch Alles klar Yes Auf den Boden Und direkt reingelandet Dreckige Lache alter War doch eigentlich ganz gut dabei so Wo auch immer er jetzt hin ist Aber gut Ach genau Eisspiellicht Da sagt ja einer nach Ein Rotz Wollte da immer einen Meter zu weit Oh nein Wo muss der hin? Auf den Tisch oder was? Über den Tisch Und dann drunter quasi sind die Drinnen Ah okay Oh was war denn das? Ich war voll schwach BAM 22 Ich bin so viel wie Kevin Ich weiß nicht über dich Aber ich bin 24 Ach da muss ich da rüber Shit Was ist denn das für ein Level? Das ist doch nice Okay Idee war blöd Ja ich hab's gleich erkannt wo es hin muss Der Ball Ja wo er hin muss ist mir auch klar Aber Hier jedenfalls nicht wo er jetzt ist Warte wo muss er hin? Na die Holzwand hoch Und dann? Ja dann nach rechts rüber Wie soll das denn funktionieren? So wie ich Ach Also okay Ja fick dich einfach Komm rein Seriously Drinnen Ach guck Ja mach dich unbeliebt Das ist kein Problem Aber ich Tee No problem at all Jawohl Hey da war ein Bug Oh die hat es keine gesehen Oh wer macht denn da noch so ein Hügel mitten ins Spielfeld rein Oh seriously Alter Na gut denn ich so nach 5 Runden bei 31 bin Ja kann man machen Kevin hat mich eingeholt Wie hat der mich denn jetzt eingeholt? Alter Ehrlich Ehrlich Oh Gott echt Aufstehen Oh nein Ach man echt So Double boogie Ich glaube boogie Sagst ist alles gut Okay Ja die Geister sind nicht gut zu uns Jawohl Jawohl Keiner weiß was das bedeutet Aber klingt erstmal gut Ich glaube das heißt Ich glaube das heißt den 2 Schlägen Oder Der Paar Was machen die Geister? Ist ja noch nix Toll Sollen wir in diese Super Mario aufmachen? Ganz kleines bisschen was von Nightmare Before Christmas Ach du Scheiße wo geht es jetzt lang? Ah man Heute habe ich es echt Weil ich viel zu schwach draufhau Einfach nachtes machen was Kevin macht Stell mir mal vor Also ich bin drin aber mach ruhig Kevin macht Ach genau Liegt der wieder übers Loch drüber Hier Double boogie Macht Kevin da eigentlich? Ach der ist doch da drüben Nur noch 10 hinter Sarah Mann Mann Ach du Scheiße Nein Das war zu weit Oh nein Oh das war gemein Aufgehüpft Ah das ist eine relativ schwere Bahn finde ich Ups Oha Oha Nein drüber Bitte Nein zu kurz Ja war schon Das hat zum Glück keiner gehört Nein Böse Lache Na verdanken wir noch 10 hinten Oha da muss ich glaube ganz fest draufhauen Ach genau Ach genau Da könnt ihr lachen lassen Das ist ja unfassbar Das ist ja unfassbar Ah Jee Verdammt Das sinds 11 Das ist ja unfassbar Ja Ja wieder drüber Volle Lotte drauf Würde ich sagen Das ist ja unfassbar Ja Gleich drüber Ja Du hast ja auch gesehen Das ist ja unfassbar Wenn ich nicht mit voller Wucht drauf soll Alles abgeguckt Das ist der einzige Grund Oh Gott, das tanzt Das ist echt nicht mein Tag Ach du Scheiße Ich finde es so catchy Oha Ja Man hat dir eigentlich so ein Lacki Das ist immer noch ein Können Oh mein Gott Ich bin auf dem Boden aufgeprallt und bin reingelandet Na gut, dann war es bei Kevin Glück Bei mir war es Können Birdie Oh Gott, das ist so ein Können Oh Gott, das ist so ein Können Das ist gar nicht meine Map hier. Jetzt ist es gleich geschafft. Ach komm. Oh nein. Aber du hast noch nicht alle Schläge gebraucht im Gegensatz zu Kevin. Haben sie alle gebraucht oder wie? Na 12 ist doch Maximum oder? Ne 14 dachte ich. Achso, na gut dann halt nicht. Was? Wer hat den Kugel gerade ins Regal geschossen und ist von da aufs Spielfeld gesprungen? Du Maschine du. Du musst dich einfach ins Regal kicken. So, fertig. Zack. Ach ne, ich bin gar nicht fertig, ich habe hier daneben gekickt. Jawohl, aus 10 hinten dran sind 20 geworden. Wtf. Hä, was ist denn das für ein tropfender Kessel? Achso, ja ok. Ich muss einfach gegen den Kessel springen oder? Ja. Und auch wenn du es nicht siehst, es ist das, der es lieber ist. Ich steck unter dem Kessel fest. Hehehe. Das ist jetzt aber schade. Ne, du steckst ja kaum nicht fest. Lügen tust du auch noch, ja? Ich war gerade unterm Kessel, ich habe nicht gewusst, dass es weiter geht. Man hätte die Geschwindigkeit so drosseln müssen, dann hätte der Kessel einen nämlich nach oben geschossen und dann hätte man vom Loch aus... Das ist ein Babykopf. Okay. What? Gibt es denn hier weiter? Nein, rollt der Ball unter Sofa. Unter Sofa fallen. Ist so, dahin ist ein Sofa. Oh. Lüge nicht immer fair play. Wäre auch nicht gesagt... Hat der scheiß Ball echt? Wäre auch nicht gesagt, dass es sehr lustig klingt. Ja, der hinten ist ja das Sofa, das hieß doch. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, da ist der mir runtergerollt. In der Zeitpunkt hatte ich es nicht gesehen. Ah. Was? 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 Okay. Ich schicke mich mal, wie das Level abgehen soll. Mach es wie wir, fahr es einfach. Ah, ich glaube, das war falsch. Ja, das war falsch. Das war falsch. Mann. Ey, muss man da hoch, oder was? An dem Spinnennetz, oder was? Ich glaube, das ist falsch. Ui. Ne, ist richtig. Hm. Genug. Maggeß. Nix. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Gut, Digge, du warst nicht der Erste, der da rein ist. Aber auch nicht der Letzte. Ey, jetzt brauchen wir. Ihr habt gar nichts mehr mehr gebraucht. Ja, nämlich 100. Yeah. Jeyy! Ach komm, über das Hügel hätte ich jetzt auch voll drüber können. Ich bin oben auf dem Hügel stehen geblieben. Auf dem Hügel ist auch schön. Ich bin oben auf dem Hügel. Verworren, dass hier alles ist. Ach komm, ernsthaft. Ach geil. Ach, ist klar. Oh nein. Nee, der da vorne fliegt wieder raus. Ja, ich habe einen Grafik-Bug. Ah, Alter. Ja, rechts rum oder links rum? Ich nehme mal links. Was? Komm schon, komm schon. Na doch mal rechts. Na, das ist cool, da sind nämlich solche, solche, ne, so Steinhauer, sage ich mal. Da war die Frage, ob das relevant ist oder nicht. Ach. Juhu! Jeronimo! Ich bin drin. Ist auch geil, wie die einfach keine Hosen haben. Füße, dann kommt nichts und dann ist der Oberkörper da. Ach. Ach. Ach, was ist denn heute los, Marvin? Äh, geht gar nicht. Eieiei. Klappe 118. Roll 2018. Habe mit Lernung geschafft. Hup, 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 hup. Hups. Ha, ich glaube, das wird nie mein Spiel. Vielen Dank.